Tag 4 im Dschungel. Der Kampf Legende gegen Legende geht weiter. Runde 1. Hanka gegen Elena. Jetzt spricht der Chef. Was? Sei nicht böse, aber Hanka ist heute der Chef, mein Engel. Der Chef ist der Chef. So nicht. Mein Chef ist hier niemand. Ich möchte, dass du am ersten Tag deines Einzugs ein bisschen ruhiger bist. Ich gehe gleich raus. Bei mir reicht's wirklich. Runde 2. Julia im Kochduell mit Dani. Bisschen Öl rein und zack. Nee, 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 das geht nicht so. Lass die Leute doch einfach machen. Was ist denn das Problem? Bluff mich nicht von rechts an, rät mit mir normal. Hast du Probleme oder was ist dein Problem? Dein Blick. Kada tritt nach in Runde 3. Wenn du ein Problem hast, sag es mir ins Gesicht. Nicht von hinten rum. Kada, mach deine Sendezeit nicht mit dem Blick. Ich hab beim Rock of Swords im Fernsehen. Du gehst immer weg, wenn ich zum Konflikten geh. Weil ich keinen Bock auf so eine Kinderkacke hab im Fernsehen. Du bist ein Weichei. Gigi schlägt sich durch die Dschungelprüfung. Im Tante-Dilemma-Laden kommt er an seine Grenzen. Wie will Winfried versuchen, Gigi zu erobern? Darf ich wie eine Frau mich auch schön machen? Und wie reagiert Gigi? Hey, du stinkst und ich mach das. Und wer wird König oder Königin der Dschungel-Legenden? Das ist eine gute Frage. Diese Frage können wir gerne auch mal an alle da draußen schicken. Das ist eine gute Frage. Untertitelung des ZDF, 2020